Hast du einen, nicht? Möchtest du den auf dem Hand hinhalten? Möchtest du den auf dem Hand hinhalten? Möchtest du den Futter in der Hand hinhalten? Möchtest du mir einmal deine Hand hinhalten, dass ich da Futter reingehe. Klapp, oder? So, klar. Klapp mal auf den Boden runter hier. Super. So, das müssen wir fassen. So, das muss ich da jargültig sein. So, das ist eine Sphärgeräte. So, das ist eine Sphärgeräte. Und ich hätte auch den Boden verwendet. Denn die Mutter haben die Schwärgeräte, ich hätte ihn nicht tun. So, das war nicht schon. So, das ist ein Sphärgeräte. Oh, den Boden hat mich recht, so gut war es. Vielen Dank.